Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Skin Giveaway. Schaut euch das Video bitte ganz an, sonst versteht ihr vielleicht nicht, wie man mitmacht. Es ist ganz einfach. Dieses Mal geht es um die leckeren Hydra Gloves Case Haaren, wie man hier sehen kann. Sehr schicke Teile habe ich gerade heute für euch ausgesucht. Die ganze Sache läuft natürlich wie immer gepartnert mit... Skin Baron, unserem Partner, wenn es um den Skin an- und verkauf geht. Hier kann man richtig edle Schnäppchen finden, wenn man auf der Suche ist und selbst die eigenen Skins schön anpreisen, wenn man mal keinen Bock mehr auf sie hat. Und wenn ihr hier verkauft, bekommt ihr vor allem Echtgeld. Nicht irgendwelche Steam-Guthaben oder sonst was, sondern echte Monäten. Könnt ihr euch ein Brot verkaufen. Ein ganz großes Dankeschön an Skin Baron für die edle Partnerschaft, die wir am Start haben. So, wie kommt man in die Teile ran? Es ist natürlich wie immer kostenlos, das bedeutet, ihr müsst kein Abonnement irgendwo haben oder sonst was, um hier gewinnen zu können. Es kann jeder mitmachen. Die Teile gehen ausschließlich auf Twitch raus. Das bedeutet für euch, ihr schaut einfach den Stream, sammelt dabei die Bubble Dollar, das ist unsere Stream-Währung, die sammelt ihr komplett kostenlos, indem ihr einfach den Stream anhabt. Und schon könnt ihr mitmachen. Diese Stream-Währung sammelt ihr, wie gesagt, wenn ihr einfach den Stream anhabt, ja? Die Streams finden dreimal die Woche statt, und zwar jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Die Dienstags- und Donnerstag-Streams gehen meistens so drei Stunden, manchmal auch vier und die Freitags-Streams haben kein Ende. Also da streamen wir so lange, bis wir zu müde sind. Meistens bis um vier Uhr morgens am Samstag. Ich werde das Handschuh-Give-Away bereits heute eröffnen und auch einfach offen lassen, und zwar für ganze drei Wochen. Also wer jetzt noch nicht genug Bubble Dollar hat, man wird nämlich 3000 davon brauchen, der muss sich gar keine Sorgen machen. Ihr könnt jetzt einfach die Streams anhaben, mitgucken oder eben einfach nur anlassen und Bubble Dollar sammeln. Ihr bekommt aber mehr Bubble Dollar, wenn ihr aktiv am Schreiben seid. Also wenn ihr im Chat eben aktiv seid, bekommt ihr noch mehr Bubble Dollar. Und optional könnt ihr, wenn ihr ein Abonnement haben solltet, falls ihr eins geschenkt bekommt oder euch selbst eins kaufen wollt, dann bekommt ihr nochmal das Doppelte obendrauf. Das ist aber nicht nötig, um hier mitmachen zu können. Man kann auch einfach komplett kostenlos mitmachen. Darüber hinaus kann man die Bubble Dollar natürlich auch noch für andere Dinge benutzen, wie zum Beispiel, was viele vergessen, zukünftige Giveaways. Denn wenn diese Gloves an jemanden rausgegangen sind, gibt es ja wieder weitere Giveaways. Also das heißt, man muss ja nicht direkt die Flinte ins Korn werfen, wenn man nicht gewonnen hat, sondern es geht dann nachher einfach wieder weiter. Für Stream interne Giveaways, die wir in jedem Stream machen. In jedem Stream, also dreimal die Woche, gibt es vier Dinge, die rausgehen. Zwei Skins, ein Sticker und ein Graffiti. Die gibt es immer, 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 immer. Auch heute Abend. Mit dem Bubble Dollar kann man auch noch viele andere Dinge machen, wie zum Beispiel auf unsere Spielewetten, die wir machen. Ihr könnt die Guschelbank ausräumen. Das ist auch sowas wie ein Gamble. Ihr könnt gegeneinander kämpfen und dann dem anderen die Bubble Dollar abziehen und so weiter. Müsst aber auch nicht. Keine Sorge, ich kann nicht einfach jemand was klauen. Die Bubble Dollar sind aber auch nicht übertragbar. Ganz wichtig. Wer mit einem zweiten oder gar dritten Account herankommt, kann also keine Bubble Dollar zurechtschieben. Und vor allem werdet ihr erkannt und die Accounts werden einfach stillgelegt. Also ihr könnt an anderen keinem Giveaway teilnehmen. Also bitte nur mit einem Account. Die Sammelaktion ist wie gesagt sehr einfach. Ihr macht den Stream einfach an. Entweder auf dem PC oder auf eurem Handy oder sonst wo und lasst den mitlaufen, beziehungsweise seid aktiv mit dabei. Ihr könnt natürlich einfach mitspielen. Wir machen in den Streams eigentlich immer fewer Games. In diesen drei festen Streams machen wir immer fewer Games. Meistens CSGO, Valorant. Wir haben auch schon GTA gespielt. Wir haben Minecraft gespielt. Wir haben ganz, 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 ganz viele Sachen schon gespielt und machen auch immer wieder Neues. Und das betone ich jetzt auch gerade so extrem. Denn die beiden Ziele, die ich mit solchen Giveaways anstrebe, ist natürlich A oder erstens, um euch eine Freude zu machen und B, beziehungsweise zweitens, um neue Mitglieder ranzuholen in unserer Community. Also ich denke, die meisten, die ganz frisch dazukommen, werden merken, dass wir eine nette Gruppe sind. Und wir zocken halt, wie gesagt, gemeinsam. Wir stellen auch Sachen auf, wie zum Beispiel jetzt bald den Valorant Cup und so weiter und so fort. Bei uns kann man also nicht nur gucken, sondern auch wirklich teilnehmen, wenn man möchte. Muss man aber auch nicht. Man kann einfach nur den Stream genießen. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, eben dabei an solchen tollen Giveaways teilnehmen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ihr habt einfach den Stream an und sammelt eure Bubble-Dollar. Mit Ausrufezeichen Cash könnt ihr schauen, wie viel Bubble-Dollar ihr habt und wie lange ihr schon im Stream seid. Wenn ihr euch ein Abonnement kaufen solltet oder ihr eines geschenkt bekommt, gerade der letzte Teil kommt bei uns recht oft vor, es werden immer einige Subs verschenkt, natürlich dann in dem Fall eher an aktive Leute, aber ihr könnt ja auch, wenn ihr brandneu seid, aktiv werden und dann eben möglicherweise auch einfach so was geschenkt bekommen. Dann bekommt ihr nochmal mehr Bubble-Dollar obendrauf, aber wie gesagt, dieser Bonus des Abonnements ist nicht notwendig, um hier mitzumachen. Man kann einfach komplett kostenlos die Teile hier mitsnacken. Das Ganze läuft drei Wochen, also bis zum 29. Mai und dann wird nach dem Stream, ihr habt also praktisch bis zum 29. Mai in diesem Stream auch noch Zeit, eure Bubble-Dollar zu sammeln und reinzuentern. Nach dem Stream wird dann der Gewinner gezogen, dann von mir angeschrieben, dann bekommt er seinen Gewinn und im nächsten Stream wird der Gewinner dann öffentlich angesagt. Der letzte Teil ist ein Sicherheitsmechanismus, denn in der Vergangenheit war es so, wenn wir solche größeren Sachen live gemacht haben, wurde ich dann einfach von verschiedenen Fake-Accounts angeschrieben, die sich so genannt haben, wie der Gewinner und gesagt haben, hey, ich habe übrigens was gewonnen und so. Und das ist ziemlich abfackend, darum machen wir das so wie eben beschrieben. Wenn es Random-Streams gibt, dann könnt ihr dann natürlich auch Bubble-Dollar sammeln. Um von diesen Random-Streams Wind zu bekommen, hilft es natürlich erstens auf Twitch zu verfolgen, weil dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn ich mal wieder online gehe. Also neben den normalen Livestream-Zeiten, an die ich mich sehr strikt halte. Und ihr könnt natürlich noch in die Steam-Gruppe kommen, und zwar in die Dummbabla-Steam-Gruppe. Die ist in der Beschreibung verlinkt und im angepinnten Kommentar. Da haue ich dann auch so eine Benachrichtigung raus, hey Leute, jetzt ist wieder Livestream, jetzt könnt ihr schon Bubble-Dollar sammeln und so weiter und so fort und eben mitzocken. Eine ganz wichtige Sache habe ich noch vergessen, und zwar kann man in diesem Giveaway mehr als einmal reinentern. Das bedeutet, wenn ihr diese 4000 Bubble-Dollar gesammelt habt, die ihr braucht, dann gebt ihr einmal Ausrufezeichen Enter, Leerzeichen 1 ein. Dann weiß der Bot, oh, der geht einmal rein, alles klar. Und dann könnt ihr aber noch 19 weitere Male reingehen, denn ihr könnt bis zu 20 Mal drinstehen. Damit erhöht ihr eure Chance, und das ist auch wiederum so ein Mechanismus, um vor allem sehr aktive Leute zu belohnen und ihnen eben die Möglichkeit zu geben, dass sie öfter rein können ins Giveaway, um auch natürlich die Alten zu belohnen, die jetzt schon seit Jahren mit dabei sind, zu denen ihr oder zu denen du als ganz neuer Zuschauer ja auch gehören kannst, wenn du jetzt eine Weile mit am Start bist. Denn die Bubble-Dollar werden immer durchgehend von euch gesammelt. Also nicht nur während Giveaways laufen, sondern immer wenn ich den Livestream anmache, sammelt ihr automatisch, wenn ihr da seid im Stream halt, die Bubble-Dollar. Ich habe einen Bot, der zählt die für euch mit, und die werden auch nicht resettet oder sowas, sondern sie sind einfach immer an euren Account gebunden. Außer ihr benennt euch um. Macht das bitte nicht, weil dann muss ich von Hand die Daten umtragen. Das ist echt nervig. Das bedeutet eben auch, dass ihr für die Zukunft mitsammelt. Also falls man jetzt bei dem Ding hier nicht gewinnt, was soll's, hat man halt schon mal genug gesammelt, um beim nächsten direkt mitmachen zu können. Mein Twitch-Link ist in der Videobeschreibung verlinkt und steht im angepinnten Kommentar. Es ist twitch.tv slash der Dumbabla. Wir sind heute Abend um 22 Uhr ja direkt wieder live, und da könnt ihr auch gerne sofort mit am Start sein und auch gerne mitspielen, wenn ihr wollt. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Falls ich irgendwas vergessen habe, schaut ja bitte in meinen angepinnten Kommentar. Da schreibe ich dann noch rein, falls ich halt was vergessen haben sollte. Aber ich glaube, es ist alles am Start. Wir freuen uns auf euch. Dann bis gleich im Livestream.